Hallo und herzlich willkommen hier bei MAC. Heute geht es weiter mit Teil 2 vom 3.500 Abo Special und wir basteln an der Compact Toxic weiter. Wenn du das sehen willst, dann bleib jetzt dran. Das können wir auch schon sehen, wo wir bohren sollen. Und zwar gibt es hier so angedeutete Löcher mit dem Platz für eine Mutter direkt schon drin. Und genau da müssen wir jetzt rein mit einem 4mm Bohrer. So. Sieht gut aus. So und dann jetzt der Moment der Wahrheit. Schön gerade halten und durchbohren. Man kann sich das Ganze natürlich auch schön auf den Oberschenkel setzen. Aufpassen. Das war ein Witz. Also passt auf jeden Fall auf, dass da nicht eure Hand hinter ist oder so, wenn ihr da durchbohrt. Das wäre relativ wichtig. So, die beiden Löcher haben wir schon. Dann machen wir das Gleiche auf der anderen Seite auch. Und wir sind fertig. So, jetzt aber auf gar keinen Fall direkt zusammenbauen. Das kommt jetzt alles nach und nach. Ich mache mal hier das Paket auf und da fällt mir auch schon direkt auf, der Sascha von Aue Target hat uns alle Schrauben beigelegt, die wir brauchen. Das ist klasse, weil damals, ganz am Anfang von meiner Stingerzeit, habe ich mal experimentiert mit 3D gedruckten Schienen. Und das war so ein Krampf, da die passenden Schrauben zu finden. Das kann ich euch sagen. Seid froh, dass das heutzutage anders ist. So, die beiliegenden Muttern kommen jetzt in diese Aussparungen für die Muttern. Anschließend setzt man die beiden Teile jetzt wieder zusammen. Das ist aber ganz schön fummelig und da können die Muttern immer wieder rausfallen. Deswegen mache ich es mir jetzt hier ganz einfach. Das gute alte Panzertape. Hier mache ich mir jetzt so kleine Quadrate mit. Mit denen ich jetzt einfach nur die Mutter sicher. Das sieht natürlich nicht schön aus, aber da guckt ja keiner rein. Das kann also ruhig so kacke aussehen wie hier. Wichtig ist nur, dass euch jetzt keine Fäden hier raushängen. So, fachmännisch eingeklebt. Und jetzt kann man das Ganze wieder zusammensetzen. Und wir fangen direkt an, die Schrauben anzuziehen. Und zwar die drei hier vorne. So, das Magazin sieht dann jetzt so ungefähr so aus wie vorher auch. Aber wir haben jetzt hier Löcher. Und direkt eine Mutter dahinter liegen. Das heißt, wir können jetzt unsere Schienen draufsetzen. Und die setzen wir folgendermaßen drauf. Da gibt es nämlich eine richtig und eine falsch. Die Schrauben sind nämlich nicht ganz in der Mitte. Die sind so ein Ticken weiter oben. Und genau so wollen wir die auch haben. Also nicht unten, sondern oben. Das sorgt einfach dafür, dass die Schiene ein bisschen weiter tiefer kommt. Und wir dadurch die Schienen gut nutzen können. Und genug Platz für Red Dots etc. haben. Jetzt kommen da die schwarzen Schrauben vom Aue rein. Und die haben jetzt wieder einen Imbus. Hier ist direkt ein Gewinde mit eingedruckt. Also dementsprechend ziehe ich mir die Schraube schon mal vorher an. So, dass ihr ein bisschen rausguckt hier. So. Und das gleiche machen wir auf der zweiten Seite auch. Ich habe die jetzt so weit reingedreht, dass der Schraubenkopf ungefähr auf der Höhe der Rippe ist. Und jetzt setzen wir es mal drauf. Und ziehen dann jetzt die Schrauben an. Und zwar auch hier natürlich wieder nur handfest. Denkt dran, das ist kein unzerstörbares Material. Das ist Material aus dem 3D-Druck. Das kann nun mal brechen. Und zwar leichter als das Material der Stinger. Deswegen wirklich vorsichtig festziehen. Nur handfest. So, und genau das gleiche machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Also Schrauben schon mal vorab anziehen bis zur Höhe der Rippe. So sieht es aus. Sieht cool aus. Und jetzt fehlt uns eigentlich am Magazindeckel nur noch der Stinger-Lock V1.2. So, hier ist der neue Stinger-Lock und es gibt noch eine Änderung. Nicht nur diesen angeschrägten Pin, der dafür sorgt, dass man das zuklappen kann. Sondern jetzt fällt auch diese Schraube weg, die mir letztes Mal gebrochen ist. Die gibt es da jetzt nicht mehr. Das wird jetzt nur noch von hinten gehalten. Und die Schraube bzw. die Mutter ist hier direkt eingelassen. So, also wir setzen das hier so rein. Von oben so runterdrücken und hier eine Schraube durch. Und die hat der Auer uns auch mitgeschickt. Hier ist wirklich sehr wichtig, dass es nur handfest ist, weil hier kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, ja, das bricht. So, und wir sind fast fertig. Jetzt kommt nur noch der Deckel drauf. So, jetzt drücken wir noch den Pin durch. So. Und wir sind eigentlich fast fertig. Jetzt fehlt hier noch eine Kleinigkeit. Und zwar dieses Plättchen. Dieses Plättchen ist dazu da, um das minimale Spiel, was hier jetzt noch ist, komplett zu minimieren. Und wir haben hier die Wahl zwischen einem knallegrünen Plättchen und einem schwarzen Plättchen. Und ich glaube, ich nehme tatsächlich hier das schwarze Plättchen. Das ist jetzt so ein Keil. Der ist auf der einen Seite ganz flach und auf der anderen Seite ein bisschen höher. Außerdem ist hier so eine kleine Nut. Und diese kleine Nut setzen wir auf diese kleine Nut hiervon. Also so drauf. Quasi in Schussrichtung, dass es so hoch geht. So, und was wir jetzt gut anpressen, das ist 3M-Klebeband mit halt diesem 3D-Druck oben drauf. So, und jetzt können wir auch schon sehen, hier ist so gut wie kein Spiel mehr. So, und jetzt sind wir eigentlich fertig. Jetzt müssen wir nur noch zusammenbauen. Und es fehlt nur noch der Griff. So, vorne anziehen. Hier hinten können wir jetzt natürlich nicht mehr die rot lackierte Schraube verwenden. Da ist völlig klar. Da brauche ich natürlich jetzt eine andere. Da muss ich gleich mal in der Ersatzteilkiste kramen. Jetzt machen wir erstmal den Griff. Und der ist vermutlich relativ einfach zu installieren. Sicherheitshalber werfe ich aber trotzdem noch einen kurzen Blick auf die Anleitung. Also, man soll einfach den Griff vorne aufschieben. Und dann seitlich fixieren mit der Schraube. So, vor allem müssen wir aber noch die Mutter einsetzen. Die Mutter kommt jetzt hier in diese Aussparung rein. So, ganz runtergedrückt, bis sie wirklich drin sitzt. Jetzt schieben wir den Griff auf. Und jetzt ziehen wir hier die Schraube an. Hier brauchen wir einen Sechskant wieder. Der typische Stinger-Sechskant. Tja, das hat was, oder? Das sieht doch ziemlich cool aus. Ich glaube aber, ich setze mir den Griff noch eine Rippe nach hinten. Dazu löse ich natürlich wieder die Schraube. So, und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Wurfarm. Und wir sind fertig. Das Ding gefällt mir jetzt schon mal ziemlich gut. Der Wurfarm ist ja noch foliert, weil war ja mal alles rot. Die Folie machen wir ab. Das bringt jetzt einfach nichts mehr. Oh, und an der Stelle möchte ich mal eine Warnung aussprechen. Für diesen absoluten Geheimtipp, den ich mal gezeigt habe. Von wegen Wurfarm folieren. Das ist gar nicht so toll, weil da kann man nämlich die Lackschicht mit abziehen. Und jetzt guckt mir da so eine Carbonfaser raus. Man muss dazu sagen, das ist der allererste Wurfarm, den ich überhaupt in das Ding besessen habe. Der hat also wirklich schon einiges, einiges auf dem Buckel. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das wäre ohne die Folierung tatsächlich nicht passiert. So, und die Sehne müsste mal gewechselt werden. Ich schaue mal nach, ob ich nicht zufällig noch eine knallgrüne Redbacksehne habe. Das würde jetzt hier natürlich mega gut passen. So, ich habe leider im kompletten Haus keine grüne Redbacksehne mehr gefunden. Leider gar nichts. Aber ich habe hier eine Ersatzschraube hinten für das Magazin, die dann auch nicht rot lackiert ist. Das ist hier die originale Stinger mit dem Skorpion hinten drauf. So, ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach mal die Stinger wieder zusammen. Und ganz dringend brauchen wir hier auch eine neue Sehne. Wie gesagt, leider keine grüne gefunden. Das wäre jetzt natürlich noch der Oberarmer. Ich gucke mal, ob man die noch kaufen kann. Wenn ja, kaufe ich mir ein paar. So, und ich würde sagen, dann wird es jetzt Zeit, einmal hier das Ding zu testen. Wie ist es denn jetzt vom Handling? Und ja, wie funktioniert das alles? Also, ich lade hier nach, indem ich hier mit den zwei Fingern reingehe und das nach hinten ziehe. Außerdem kippe ich mir dabei die Stinger so ungefähr so weit. Und dann schwingt nämlich der Deckel auf. Das lasse ich jetzt so hier nach vorne gekippt und kann jetzt so die Pfeile reinladen. Ich benutze hier übrigens die leichten S&K-Pfeile. Die wiegen ungefähr 8,6 Gramm. Und mit dem leichten Zuggewicht von 35 Pfund komme ich hier auf knapp 7,2 Joule. Es kann hier also gar nichts passieren. So, und jetzt gucken wir einfach mal, wie ich denn mit Kimme und Korn klarkomme. Ich mache einfach mal eine Gruppe auf die Mitte. Und ja gut, durch die leichten Pfeile schlägt das jetzt ziemlich weit oben ein. Gut. Wenn ich drunter halte, passt's. Das ist doch ziemlich stabil. Das muss ich euch gleich zeigen. Ja, damit bin ich aber mal sehr zufrieden. So, Distanz sind zwar hier nur 5 Meter, aber es sind ja auch nur 7,2 Joule. Also von daher finde ich, passt das sehr gut. Das war der erste. Ging deutlich zu hoch. Dementsprechend alle so ein Stückchen runter korrigiert. Ja, und damit bin ich doch mal sehr, sehr zufrieden. Und das gleiche noch einmal mit den leichten Übungsspitzen von S und K. Für einfach unter 7,5 Joule. Und jetzt machen wir mal eine schnelle Runde. Ja, hat man gehört. Das war ein Robin Hood Schuss. Auch wenn das jetzt natürlich gar nicht der Vorteil von dem Ding war, weil ich habe den Griff natürlich jetzt gar nicht genutzt. Ich muss sagen, mit dem Griff und Kim und Korn hat man hier wirklich eine sehr präzise Zielerfassung und kann damit wunderbar die Ziele angehen. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal auf schnell an. Das Ergebnis ist natürlich nicht so gut geworden wie eben, aber war halt dafür auch wesentlich schneller. So, das ist doch immer noch ganz gut. Und hier haben sich blöderweise die Schäfte berührt. Ich hoffe, da ist noch alles ganz. So, aber das sieht gut aus. Und das macht einfach richtig viel Spaß. Und in der Farbe gefällt es mir richtig gut. Und es fällt auch kaum auf, dass der Griff halt nicht grün ist. Gerade wenn man sie in der Hand hat, oder? Natürlich wäre das echt cool noch zusätzlich. Aber gut, so ist es nun mal. Und ich bin soweit hier eigentlich erstmal sehr, sehr zufrieden. Dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal gerade zum Fazit, was dieses Ding angeht. Das ganze Tuning-Kit und auch den File-Container. Und genau mit dem fangen wir einfach mal an. Also, ich finde, der ist richtig cool. Der ist sehr solide. Der ist fest verschraubt, wenn man ihn fest zudreht. Man hat oben und unten Moosgummi drin, das hier nichts am Rattern ist. Und ja, es passen echt eine Menge Pfeile rein. Wie man sieht, die gehen auch nicht kaputt. Da knicken auch nicht die Veins. Alles wirklich super. Und ja, ganz nebenbei sieht dieses Ding halt auch noch ziemlich cool aus. Halt wie so eine M84. Tactical Flashbang. Wem es gefällt, der sollte hier auf jeden Fall zuschlagen, weil das ist einmalig. Und das habe ich so noch nicht gesehen. Ich persönlich brauche jetzt sowas nicht. Ich hätte mich auch über einen ganz normalen Container gefreut. Aber so macht es natürlich noch mal mehr her. Die Tuning-Teile. Also, den Griff finde ich richtig cool. Der ist sehr, sehr, sehr solide. Und ich könnte mir vorstellen, dass man damit vielleicht sogar eine Tactical repetieren kann. Ich habe es aber jetzt nicht ausprobiert. Deswegen das auf jeden Fall ohne Gewehr. Aber für die Compact und auch für die Survival kann ich das Ding mal auf jeden Fall empfehlen. Es ist auf jeden Fall sehr angenehm. Gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Der Tuning-Trigger. Ja, hier merke ich jetzt nicht unbedingt einen großen Unterschied zum Steamboat-Tuning-Trigger. Hier hat sich an der Geometrie nicht allzu viel geändert. Auch das Plättchen ist jetzt nicht überarbeitet. Da gibt es andere Ansätze, wo das Plättchen dann so leicht angeschrägt ist, wie so eine Rutschbahn. Das ist hier nicht der Fall. Dementsprechend ist das eher so ein bisschen, ja, jetzt nicht so die Über-Innovation, um ehrlich zu sein. Aber es bringt natürlich eine neue, coole Farbe in die Steamboat-Welt. Das ist cool. Aber dass es halt einfach nur eine Kopie ist, das gefällt mir nicht so gut. Die Schienen hier vorne. Hier könnte man sich jetzt natürlich auch aufregen, weil Steamboat verkauft das auch im Original. Das heißt, das hier ist ein Fake, oder? Hm, nee, warte mal. Ich zeige dir mal gerade die Original-Steambo-Schiene. Die habe ich hier nämlich an meiner sandfarbenen Tactical. Und hier kann man auch sehen, die ist deutlich, deutlich kürzer. Und hat eine gänzlich andere Form. Also, hier haben wir keinen Abklatsch. Hier haben wir einen Aufgriff von dem Design und eine Weiterentwicklung. Und das gefällt mir ziemlich gut. Die Farbe ist natürlich hier wieder richtig geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist bei dem Stinger Original nicht so. Da hast du einfach nur schwarz. Die Frage ist natürlich, was kann das Ding jetzt ab? Das werde ich langfristig rausfinden. Die Sache ist natürlich nur, seitlich befestigt man in der Regel eh keine besonders schweren Aufsätze oder so. Viele haben die seitlichen Schienen einfach nur wegen dem Style dran. Ich habe hier ja zum Beispiel einen Red Dot. Und ich bin mir ziemlich sicher, dafür wäre es auch geeignet. Aber einen Griff oder so seitlich da oben dran machen? Leute, davon würde ich euch mal ganz fest abraten. Die Seitenteile. Ja, die sind auf jeden Fall auch anders als die Original-Steambo-Seitenteile. Haben ein ganz anderes Design. Nein, hier nochmal das Original zum Vergleich mit diesen Rippen. Hieran zähle ich ja immer meine Vorspannung ab. Also ich sage ja immer bis zur dritten Rippe, also ungefähr hier. Das kann man jetzt natürlich hier nicht mehr machen. Gut, ist das wirklich ein Nachteil? Ich weiß nicht. Man kann die Standhöhe ja auch einfach ausmessen, wenn ich halt zu faul führe. Aber gut, das wird ab jetzt halt hier notwendig sein. Ist jetzt aber auch nicht so das Problem. Ansonsten ist natürlich so, das Seitenteil sieht cool aus, hat eine besondere Farbe. Aber es hat jetzt auch nicht irgendwie eine neue Funktion mit reingebracht. Es ist jetzt eigentlich nicht so vergleichbar mit den Schienen, dass es wirklich irgendeine Neuigkeit mitbringt. Es ist halt ein anderes Design. Ja, okay. Aber es geht mit einem großen, großen Nachteil einher. Und das ist nun mal wirklich die Verwendung an der Tactical, wovon ich euch absolut, absolut abrate. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Schrauben hier hinten nicht so gut packen und bei mir zumindest in der Schwebe hingen. Nie gegriffen haben. Ich musste ja die Originalschrauben kürzen, dass das überhaupt passt. Und wenn jetzt das locker ist und da hinten, da muss ja das Material nicht mal brechen, sondern da kann die Spannstange einfach so raus. Und ich mache es euch mal vor, wie das laufen würde. Das wäre jetzt mit einer Tactical, man repetiert runter und in dem Moment gehen die Spannhaken raus. Ei, 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 ei. Wo zielt das hin? Ja, ei, ei, ei ist schon mal das richtige Stichwort. Aua. Deswegen, das würde ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr das an eine Compact oder an eine Survival dran macht. Und habt da bitte auf jeden Fall im Hinterkopf, wenn ihr das Ding wieder zu einer Tactical umbauen wollt, denkt dran, die Seitenteile erst auszutauschen gegen die Originalen. Es kann natürlich auch gut sein, dass der Aue Target das Ganze noch einmal anpasst. Und zwar so, dass hier vielleicht noch eine Metallplatte drunter ist oder so. Es ist anlassweitig verstärkt, auf jeden Fall so, dass es unfallfrei für die Tactical genutzt werden kann. Das weiß ich nicht. Das steht in Sternen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da was kommen wird. Aber wartet da bitte ab. Packt das bitte nicht auf eine Tactical drauf. Das könnte wirklich, wirklich nach hinten losgehen. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Teil, was mich damals überhaupt erst auf Aue Target aufmerksam gemacht hat. Und das ist der Stinger-Log V1 damals, heute V1.2. Und ich muss sagen, ich bin einfach immer noch total begeistert davon. Ich weiß, das Ding hat auch seine Feinde, also seine Hater. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ja, man macht hier ein super, super grundsolides System, was aus zwei Bauteilen besteht. Nämlich einmal die Schraube und einmal die Feder. Das tauscht man dann aus durch ein relativ komplexes Bauteil, was mal mindestens elf einzelne Bauteile beinhaltet. Das ist natürlich eigentlich nicht unbedingt die Stinger-Philosophie. Möglichst einfach gehalten, möglichst robust und dadurch unfassbar langlebig. Das stört hier aber überhaupt nicht. Also ich habe das Ding jetzt wirklich schon seit über einem Jahr im Einsatz. Nicht das grüne, sondern das rote. Aber das ist mir nie kaputt gegangen. Ja, hier ist mir das Gewinde gebrochen. Aber das hat mal so gar keine Rolle gespielt. Das hat danach immer noch funktioniert. Von daher sehe ich hier wirklich nicht die Schwierigkeit drin, wenn man das komplexer macht. Also wie hier mit elf Bauteilen. Es hat halt auch einfach ein richtig cooles Feature. Das ist es definitiv wert, aus meiner Sicht. Denn ihr kennt mich, ich bin ein Schnelligkeitsfanatiker und ein Rundenzeitenjäger. Und das hier, klack, 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 ist nun mal viel, viel, viel schneller, als erst noch dieses Auffummeln mit einem normalen Deckel. So, und jetzt kommt nochmal ein Fazit vom Fazit, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Also, vollste Empfehlung für das Ding. Auch die Schienen finde ich sehr geil, sehr, sehr empfehlenswert. Der Griff, warum nicht? Gefällt mir richtig gut. Und wem das optisch gefällt, der sollte da zuschlagen. Warum nicht? Es gibt echt coole Farben. Der Abzug, das muss jeder für sich selber wissen, der bietet meiner Meinung nach jetzt keinen großen Vorteil, im Gegensatz zum normalen Tuning-Abzug. Ist halt aber grün. Ja, und die Seitenteile, wie gesagt, da würde ich wirklich vorsichtig sein und vielleicht warten auf ein Upgrade oder halt nur in der Compact unter Survival-Unspannkrallen. Ja. Und jetzt ist das mal wieder ein viel, viel, viel zu langes Video geworden. Das ist ja wahrscheinlich wieder ein Zwei- oder Dreiteiler. Mein Gott, ich muss mich echt mal kürzer fassen. Aber es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Und es würde mich auch sehr freuen, wenn du auch nächstes Mal wieder hier dabei bist. Hier bei Mac. Modern Archery Journey. Und weil das ein Outro ist und wir hier mit unter 7,5 Joule mal wirklich so gar kein Risiko eingehen, traue ich mich jetzt einfach mal hier drin nochmal eine sehr, sehr, sehr schnelle Runde zu machen. Und euch wünsche ich einen schönen Sonntagabend noch und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Und eine Robin Hood bei dieser sehr, sehr, sehr schnellen Runde. Macht's gut. Ciao.